Absolut harmlos, die Bochumer Offensiv-Abteilung. 23. Minute, die Bayern wurden stärker, drängten auf die Führung und schossen die Führung. 0 zu 1, Mario Gomez, sein siebter Treffer jetzt schon für den FC Bayern München in der Bundesliga. Sein elftes Pflichtspieltor in dieser Saison. Toll die Vorarbeit auch von Ibiza Olic und dann der klasse Abschluss von Mario Gomez. Keine Abwehrchance für Philipp Herwagen im Tor der Bochumer. Früher ja mal beim FC Bayern München in der Jugend, unter anderem A-Jugend Deutscher Meister.